Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Wer wartet am Treffpunkt davon? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, wie können wir dich in ein paar Stunden ab? Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Wartet mal. Da vorne ist eine Patrouille. Kommt hoch. Wir können. Kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen. Auf die Knie. Du scannst sie. Ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Jamiers auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so, dass ihr könnt es sich richtig lohnen. Bleib still. Ich hab genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh, mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaub' es nicht. Oh, Scheiße. Tess. Lauf. Lauf. Los. Los, komm. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Bleib von dem Licht weg. Los, los! Ali, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Klar. Ja. Verdammt. Sie sind überall. Verdammt. Da. Ich seh' sie. Ich seh' sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Ich kann da unten nicht sehen. Sind sie wirklich hier langgekommen? Da unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. La Pajon. Siehst du irgendwas? Ich bin klar. Was ist davon? So weit, so gut. Okay. Ich kann welche hören. Moment. Mist. Runter. Los, los. Scheiß drauf. Die Clicker erwischen sie. Okay, komm. Komm, Ali. Geht hier durch. Okay. Oh, Mist. Noch ne Patrouille. Los, geht in Deckung. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Es sind zu viele, Tess. Oh, Mann. Versuch sie abzulenken. Okay. Da sind mehr Lichter. Oh, Mist. Oh. 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 Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet's hier nicht. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Team Charlie, berichtet. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sexuelles Bericht erstatten. Ich glaub, sie sehen uns nicht. Verstand. Zu den Vorzeugen. Hä? Bleibt im Dunkeln. Okay. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas brauchbares ist. Na klar, Boss. Das, wir langen durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib nicht dran, Annie. Okay. 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 Oh, warte, warte. Wer flut? Samen, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt gehört. Aufladen, Luft geht's, los. Weiter. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Jetzt, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Vielen Dank.